Außer wenn man ein Casual-Spiel nicht gespanns hat. Ja, Nivendo. Hätte den nicht früher auskommen können. Aber noch ist sie ja nicht da. Es dauert auch noch ein bisschen. Bis sie endgültig mal da ist. Ich werde noch ein bisschen an Programmieren finden. Warte, Hype geht dann auch gleich zurück. Hier wollen wir den Hype ausnutzen. Ich spreche schon lange keine Rekorde mehr. Ich hoffe mal ich komme über die angeforderten 7. Oh, dann noch eins. Jetzt werden natürlich die Angestelltenkosten höher. Reichthaltige Hintergrundgeschichte. Das gefällt mir. Das geht immer noch nicht. Ach, Quark. Das ist für Welt. Reichthaltiges Hintergrund. Gedönse, dass man das... Ah, verstehe. Ja. Ich werde trainieren. Quark. Wie soll ich... Ja, was ist das? Na, über 7. Über 7. Über 7. Nein! Das sieht mir nicht nach einer 7 aus. Ich halte nicht den Vertrag. Das ist eine glatte 6. Ja. Das kostet mich Geld vom Vertrag. Ja, das braucht sich wegen... Wegen Vertrag. Der nichts geworden ist. Ähm, ja. Okay, gut. Okay, gut. Jetzt trainiere ich mal die ganze Crew ein wenig mit den Research Punkten, die ich habe. Ja. Ach, es ist zu heiß. Ja, natürlich. Klimaanlage. Haha, da hinten. Beim letzten Mal hast du viel zu spät weggekriegt. Mitbekommen, dass da... das irgendwie so ist. Ja. So. Dann nehme ich doch mal das. Ja. Trainiert euch fleißig nach oben, meine Freunde. So, und du trainierst gleich mal weiter. Immer noch Game Design. So, äh... eine andere Engine. Stereo wäre vielleicht mal... Reaching Story... Video Player... Na ja. Und später. Äh, New Game. So. Da haben wir ein Medium Game draus. Dann eine NES. Gamedev Tycoon Topic. Gamedev Tycoon Topic. Simulation. Plattform. Computer. Die. Natürlich. So. Next. Ah, die. Ich hätte den Vertrag leider nicht einladen können. So, äh... Gamepad. Nein, Maus. Ich habe jetzt für mich noch keine Quests. Hm, Charakterpression. Progression. Äh, Multiplayer. Nein. Safe Games. Ja, Cut Scenes. Story. Ja. Engine, Gameplay, Story-Quests, ich habe hier gar keine Quests, also, Gameplay, Feel, Engine, aber mach ich so. Aber diesmal übernimmst du das. Dialogbäume, ja, Dialoge, Level-Editor gibt es ja nicht, ESA-Ex bestimmt ein Paar, viele, aber ich habe sie wahrscheinlich nicht alle erkannt. Künstliche Intelligenz gab es hier in dem Spiel nicht, gibt es nicht wirklich. Ja, nein, ja, nein. Ich sage mal, ich lasse es drin. Äh, Dialog, ESA-Ex, ja, hatte ich ja alle schon geklärt. Dialoge sind ja wichtig. Blobben ja oft genug hier, Teile auf. Das Level-Design, also von den Räumlichkeiten her, viel draufgesetzt. Jetzt mache ich das. Welt-Design. Hm, was tut das auch noch? Ich muss dich noch ein bisschen trainieren, meine gute Game-Design. So, äh, wau, ich bin jetzt schon über 63, 42. Ich finde, bin ich vorhin noch nicht so hochgekommen. Hm, egal, so. Du bist noch am Trainieren, dich beschäftige ich nicht damit. Äh, kann ich vielleicht machen. Ja, du, das. 105. Also, Grafik ist ja jetzt hier nicht. Verdammt. Ich hätte ja jetzt 2D-Grafik wählen müssen, das ist ja keine 3D. Egal, ich mache den Nachfolger. So. So sieht's aus, meine Freunde. Grafik mache ich nicht. Welt-Design. Sounds. Hm, alles gleich weh. Warum nicht? Sounds sind toll. Die Grafik sieht schön aus. Welt-Design, naja. Ja. Alles drum und dran. Gleich. Finde ich. Tag-Nacht habe ich nicht. Äh, ja. Hintergrund. Weiß. Open-World habe ich auch nicht. So. Mono-Sound. Stereo eigentlich. Oder Mono? Hm. Habe ich halt noch nicht. Pech gehabt. So. Ehe! Komm schon! Auf 100. 100. 100. 100. 100! 100! 100! Komm schon! Design! Design! 100! Design! Leute! Wir sehen uns beim nächsten Mal!